Eine andere Geschichte wird bei Entfernung verteilt worden. Diese Geschichte hat mit einem Spiegel zu tun. Langtrag aus dem Spiegel zurückgekommen, werden nur wenig Menschen, die ein Spiegel hatten. Fransi, da du wie ein Deutscher gewaßt, wird sich so ein Spiegel gekauft hat und hat sich den Plietsch in ihrem Bad gelacht. Jeden Morgen, ein Rüttchen, kriegt er schwind einmal am Spiegel, dann, ein Rüttchen, ein Rüttchen. Seine Frühwunderdahl wird er am Montag alle Morgen besagt, ein Rüttchen. Und dann ein Tag, als er morgen nicht tüßt, dann geht es einmal nur sein, was da macht es sein. Als er den Spiegel zurücktragt, sitzt er eine Früh am Spiegel. Dort hat er so ein Törche gefahren, sei auf den Spiegel ab und schmattert ihn nur ierd. Und sei hat noch gesagt, dass er so lange nicht neidig wird, dass er morgen jeder Morgen im Bild von einer Früh besagt. bis dann porque. Bis dann. Bis dann. Ich vers große Mun youtube. Ich ziehe dir das. ich versuche dich jetzt zu k eksperren, Vielen Dank.